Soll. Hallo, hier wird es Marc. Und wir spielen heute mein nächstes neues Projekt, war eigentlich auf meinem Hauptprojekt, bevor ich die Idee hatte. Ich bin mal kurz still. Ich bin mal kurz, ich bin mal kurz, ich bin mal kurz, ich bin mal kurz. Ich bin mal kurz, ich bin mal kurz. Ich bin mal kurz, ich bin mal kurz, ich bin mal kurz. Weitere 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 Willkommen zu my wow, das war geil Willkommen zu einem neues Projekt. Ich mache leicht, weil ich schlecht bin. Normal könnt ihr bei mir vergessen. Ja, das ist normal. Okay, wie komme ich auf dieses Projekt? Bayonetta 1 und 2? Ja, ich spiele tatsächlich Bayonetta 1 und 2 durch. Auch wenn ich später das hassen werde. Ich wollte eigentlich zum ersten Mal den zweiten Teil anfangen, aber dann dachte ich mir so, nein, dann macht das doch keinen Sinn irgendwie. Das zweite Teil spielen und dann der erste, weil ich hasse der erste. Wieso, werdet ihr später noch feststellen, warum ich es hasse? Das war jetzt meine Lieblingsreihe. Den ersten Teil ist tatsächlich mein zweites Teil meiner Lieblingszeit. Punkt. Ja, ich dachte, das abwechselnd mit, ähm, mit, ähm, mit, ähm, auszufinden. Ah, der ist doch laut. Ähm, vielleicht habe ich das letztes Mal einstellen müssen. Auf jeden Fall, ähm, ja, dass ich das abwechselnd mit, ähm, äh, äh, bei, 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 wie heißt das? Wo ich neu angefangen habe, äh, das Gang. Ähm, genau. Ich bin gespannt, wie gut das der erste Teil ankommt, weil, ähm, tatsächlich eins, eins ist mir, ähm, äh, nicht klein und der zweite auch nicht, weil ich aber das, äh, fünfmal durchgespielt habe. Weil das so geil wurde. Ähm, geil wurde. Und vor allem der zweite Teil freu ich mich drauf. Aha, okay. Und vor allem. Mhm, ich bin. Wenn ich ein bisschen sterben bin, kann das ein bisschen Grund liegen, dass ich überlege, wie ich das zusammenhängen könnte mit dem zweiten Teil. Und alle, die der Spiel schon mal gesehen hatte, nicht die anderen spoilern, weil das tue ich ja auch nicht. Also bei anderen, das gebe ich zu. Aber was ist Shawn? Ja, ähm, der Anfang muss es sein. Keine fucking Sorge. So. Au. Ach stimmt, das habe ich ja total vergessen. Die Zähne. Der Anfang weiß ich noch und der Rest ist hart fertig. Sie sieht eigentlich cool aus. Diese Damen, die werden mir oft... Ah, Prolog. Ja, eigentlich glaube ich, ich weiß wie das geht. Ja. Prolog. Okay. Ähm. Muss ich mal speichern. Was mag ich denn? Ah, das seht ihr schon. Ich habe das im Normalfil... Ich habe das im Normalfil... Ah ja, mein... 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 mein experimentales Versuch. Genau. Versuche auf normal zu spielen, auf normal zu spielen, bist du verreckst. Ja. Ich habe, ich glaube auch, der Anfang bzw. der ersten Teil, das ich verflucht habe. Gut, jeden Tag sehen, was man äh... anguckt schlussendlich. Also... Grafik lebt es nicht, aber ich glaube einfach der Boss ist einfach... einfach mega schwer. Ja. Aber dass sie ähm... Auf Bayonetta noch auf Wii auch rausgebracht haben. Also auf Wii U jetzt. Ähm... muss ich sagen, sehr mutig. Weil... damals da... äh... Ach jo. Ach jo. Ich liebe dich. Nicht er. Ich liebe sie da. Ja. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ich liebe sie. nach, ähm, ja. Ich glaube, ich mag Bayonetta 1 und 2 getrennt, ich glaube, das war. Das war ein Fehler. Genau jetzt. Ich liebe sie. Ich liebe die Stimme. Aber ich muss tatsächlich sagen, vor dem Prolog, ich fahre nicht zu viel. Aber die Musik wäre noch beim ersten Teil besser. Also wenn ich jetzt so bin, 1 und 2 getrennt gucke. Okay, ich bin bereit. Weil das fiese, äh, das fiese, äh, das Spiel sagt ihr, äh, seht ihr jetzt. Also noch nicht, eher ein bisschen später. Äh. Hau. Hau. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Oh no. Oh no. Das war's. Oh no. 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 Oh no.